Assalamu alaikum liebe Freunde, es ist Amor Ben Hamida mit einer Nachricht in eigener Sache. Wie ihr wisst, mache ich seit Jahren Videos zu verschiedenen Themen. Arabisch-Islamische Kultur, aktuelle Berichte vor allem über Tunesien, Kochvideos, meine Einstellungen, meine Meinungen zu aktuellen politischen Themen. Ich habe auch einige kostenlose Webinare gemacht, die 45, teilweise auch 60 oder sogar 90 Minuten gingen. Diese Arbeit, das könnt ihr euch vorstellen, ein Video von 30 Minuten über den Islam, über ein Thema Kopftuch, über das Thema Frau im Islam beispielsweise. 30 Minuten Video kostet zwischen 5 und 10 Stunden Arbeit, denn ich erzähle nicht einfach so aus meinem Kopf, was ich so denke, sondern ich blähe das alles ab, ich untersuche. Und diese Arbeit ist sehr beständig unbezahlt. Jetzt auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich das finanzieren kann, bin ich auf Patreon gestoßen. Ich habe ja einige Teilnehmende an diesen kostenlosen Events, die mich gefragt haben, ja, aber willst du nicht etwas dafür? Und manchmal mache ich ja kostenpflichtige Webinare, vor allem meine Sprachkurse sind, die bleiben natürlich kostenpflichtig, davon lebe ich ja hauptsächlich. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte eigentlich den Leuten die Möglichkeit bieten, einfach mal, wenn sie sich für die arabisch-islamische Welt interessieren, meine Meinung, aber auch Informationen zu erfahren, die sie vielleicht nicht in deutscher Sprache finden. Ich wurde dann ein paar Mal von den Leuten persönlich unterstützt mit einem Betrag, weil sie fanden, die Arbeit ist wirklich unterstützungswürdig, auch pekuniär, also monetär, also mit Geld. Patreon bietet verschiedene Möglichkeiten. Ich habe aber darauf verzichtet, Kategorien zu machen, 5 Euro, 10 Euro, 30 Euro im Monat und je nachdem, was du bezahlst, bekommst du mehr oder weniger. Ich habe ein Konto eingerichtet, wo man mich mit 5 Euro pro Monat unterstützen kann. Wer sich das leisten kann und aber auch profitieren kann und will, der soll das tun. Und diejenigen, die das nicht können, ich weiß, die aktuelle Lage erlaubt es vielen Menschen 5 Euro im Monat, gut, das sind vielleicht 1,5 Cafés im Monat, aber trotzdem, es gibt Leute, die das nicht können und mit der Unterstützung von denjenigen, die es sich leisten können, werden auch diese Leute unterstützt. Sie können weiterhin von diesen hoffentlich wertvollen, interessanten Videos profitieren. Ich werde in der zweiten Hälfte dieses Jahres, 2022, auch mehr Reiseberichte von Tunesien aus machen mit Tipps, mit auch kulinarischen Tipps. und wenn ihr mich unterstützen möchtet, der Link zum Patreon-Link, zum Patreon-Konto ist weiter unten und es gibt wirklich, es gibt nur diese Möglichkeit, also 5 Euro pro Monat, die ihr von eurem Konto auf mein Patreon-Konto überweisen könnt. und das ermöglicht mir zum Beispiel eine neue Kamera, Speicherkapazitäten, Software, die es braucht, Hardware, die es braucht auch, zu finanzieren. Das wäre cool und danke fürs weiterempfehlen und inshallah auf weiterhin gute Kommunikation von mir zu euch und vice versa. Danke, wassalamu alaikum.